Ich wurde am 3. März 1581 geboren, vor über 400 Jahren. Wie sich gezeigt hat, habe ich eine besondere Veranlagung. Wir altern, wie alle anderen auch, nur eben viel langsamer. Der Tom, also die Hauptfigur in Matt Hakes Roman, wie man die Zeit anhält, der hat, ja, wie soll ich das sagen, das ist schon Fluch und Segen, was er da hat. Ich glaube, es ist vor allem eine Lebensaufgabe, und zwar eine, die für mehrere Leben eigentlich reicht. Es ist auch Dilemma, das stimmt für ihn, und das ist sicherlich Kern der Geschichte, wird es aber zunehmend zu einem Fluch und eigentlich etwas, dem auch ein Ende setzen will. Er verliert eigentlich über diese Veranlagung, diesen Gendefekt, diese sogenannte, keine Ahnung, Anagerie, wie Matt Hakes sie er nennt, eine Krankheit, die es nicht wirklich gibt, im Gegensatz zu Progerie, das Pendant zu dieser Krankheit, will er eigentlich seinem Leben ein Ende setzen, weil er das Leben so in dieser Art, nämlich über Jahrhunderte leben zu müssen, weil er einfach nicht stirbt, eigentlich beenden möchte. Matt Hakes Hauptfiguren, also in Ich und die Menschen oder jetzt in Wie man die Zeit anhält, sind erstmal abnormal. Vergleichbar bei beiden ist, dass das so merkwürdige, weiß ich nicht, Helikopterwesen sind, die auf den Menschen, also auf dich und auf mich, auf uns alle, von oben so drauf gucken. Und das ist auch dieser sehr tolle Ansatz von Matt Hake, weil wir genau darüber, über diese Schnittstelle, immer ganz viel über uns selbst erfahren. Das ist so toll, weil wir hören in seinen beiden Büchern jemandem zu, der uns aus einer ganz eigenen Warte, aus einer ganz eigenen Perspektive den Spot auf uns richtet und wie unter so einem Brennglas sehen wir uns dann darunter krabbeln und lernen ganz, ganz viel über uns. Und was jetzt gerade sehr, sehr didaktisch klingt und angeschafft und aufgeblasen mit Moral und Botschaft, kommt aber wahnsinnig spannend und sehr unterhaltsam daher. Matt Hake schafft es wieder mal mit ganz feinen Pinselstrichen Situationen zu beschreiben, Figuren zu erzählen, Bilder zu kreieren und saugt einen damit gleich rein. Das frühe 16. Jahrhundert bis in die heutige Zeit blättert er auf wie ein Panoptikum und wir werden wirklich Zeugen, wie unsere Hauptfigur Shakespeare begegnet, Fitzgerald, wie er in Paris in ein Konzert geht mit dem Chef der Albatross-Gesellschaft und kein geringerer den Taktstock schwingt als Peter Illich Tchaikovsky. Auch ein Schlüsselmoment im Übrigen bei unserer Figur, was bei Ich und die Menschen Debussy ist es hier Tchaikovsky. Und da spürt Tom Hazard auf einmal, dass er ja doch noch in der Lage ist, etwas zu empfinden, nachdem im Mittelalter seine Frau an der Pest gestorben ist und seine Mutter vor seinen Augen. Das ist das Zermürbende eigentlich an dieser Geschichte jetzt hier, wie man die Zeit anhält, dass wir es mit einer Hauptfigur zu tun haben, die nicht lieben darf. Lieblingsstellen ist immer so eine Sache. Eigentlich ist das ganze Buch eine einzige Lieblingsstelle für mich, weil es liest sich wirklich toll und auf jeder Seite kommt irgendein neues Kuriosum irgendwie und ein neues fantastisches Moment irgendwie, wo man denkt, wow, jetzt passiert auch das noch. Vielleicht auch noch die, wo Tom Hazard, unsere Hauptfigur, die Schnauze voll hat und einfach wissen will, was er da hat und zu Dr. Hutchinson geht und der ihn rausschmeißt und dann gibt es einen Schnitt und er kommt 31 Jahre wieder und der Arzt ist inzwischen 31 Jahre älter, Tom Hazard aber nicht, der ist vielleicht einen Monat älter und steht dann wieder vor ihm und sagt, ich bin's. Können Sie sich noch daran erinnern? Vor drei Jahrzehnten stand ich schon mal hier und dem auf einmal alles aus dem Gesicht fällt. Das ist auch einfach brillant geschrieben. Eine Geschichte, die mich berührt, die mich eben nicht kalt lässt, kann ich mit einer ganz anderen Wärme auch erzählen und Stimme lügt nicht. Das muss schon eine Wahrhaftigkeit haben. Das fällt mir bei den beiden Büchern von Matt Haig sehr leicht, wahrhaftig zu lesen. Ich habe große, große Freude daran. Es ist berührend, es ist auf eine angenehme Weise kitschig. Es ist gefühlvoll, es ist sehr gefühlvoll, es hat wunderschöne Momente. Diesen Bogen, den er da spannt über die Jahrhunderte, das ist faszinierend. Das ist wirklich faszinierend. Das ist auch ein Zeitreisebuch letztlich. Wir kriegen einen Einblick in verschiedene Epochen, in verschiedene Jahrhunderte. Und er schafft es immer wieder, uns aber im Hier und Heute abzuholen und den Rückbezug zu uns herzustellen. Das ist eben toll. Er lässt uns ganz tief in die Abgründe und in die Seelen der Menschen der damaligen Zeit gucken. Und das hat immer auch mit uns zu tun. Und ja, es ist leider auch eine der Botschaften dieses Buchs, dass sich Menschen nicht wirklich ändern. Und trotzdem sind wir die Zukunft. Also, wir sollten was draus machen. In welchen Jahrhunderten hätte ich gerne Mäuschen gespielt? Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, Mensch, der 30-jährige Krieg hätte mich mal interessiert oder Luther mal erleben oder bei dem Bau der Pyramiden von Gizeh dabei zu sein. Es sind blutrünstige, blutige Zeiten gewesen, die man unter Umständen nicht überlebt hätte. Auch mit dieser Veranlagung nicht, weil diese sogenannten Albas sind ja nicht unsterblich. Sie haben nur ein besseres Immunsystem, sind nicht so anfällig für die Krankheiten der damaligen Zeit und auch der heutigen Zeit, aber nicht unsterblich. Insofern ist diese Frage sehr schwer zu beantworten. Ich halte die Zeit, in die unsere Hauptfigur, der Tom Hazard, reingeboren wurde, eigentlich für noch die attraktivst Denkbare. Er beginnt im Mittelalter, im späten Mittelalter. Und erlebt beispielsweise die dekadente Buntheit der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts in Europa, in Berlin, in Paris. Und da wäre ich, glaube ich, schon mal ganz gerne dabei gewesen. Aber darum wissend, dass ich dann gerade einen Weltkrieg erlebt hätte und der nächste vor mir ist. Mir würde dann, glaube ich, immer Hoffnung geben, dass ich die friedlichste Zeit, die Europa je erlebt hat, nämlich danach, nämlich die Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, noch mitkriegen und erleben würde. Aber und so viel Kulturpessimismus möge mir gestattet sein, ob ich jetzt zwingend noch die nächsten 300 Jahre gerne leben würde. Wir schreiben jetzt das Jahr 2017, 2018, vermag ich nicht wirklich zu sagen. Wir Menschen, die diesen Gendefekt nicht haben, wünschten uns ja oftmals, Momente einzufangen. Und ganz in bestimmten Momenten, sei es im Urlaub oder bei einer Geburt oder bei einem Spaziergang oder ganz egal, festzuhalten, mitzunehmen, einzutüten, in Glas abzufüllen, keine Ahnung. Das ist auch mit ein Grund, warum die Leute eigentlich immer nur noch auf ihre Smartphones gucken und gar nicht mehr rumgucken. Sie haben das Gefühl, sie müssen immer alles festhalten und so. Ja, ist das sehr strebenswert? Und wie macht man das? Ich habe keine Ahnung. Es geht, glaube ich, nur über das Bewusstsein. Das ist eine, indem man sich selbst schult, noch achtsamer und noch bewusster mit sich und seinem Leben und seinem Umfeld zu sein. Und je mehr Antennen man es schafft auszufahren, desto leichter fällt es einem, glaube ich, auch dann ganz mit sich in diesem Moment zu sein. Und das kann die Intensität, glaube ich, exponentiell steigern. Das glaube ich schon. Das glaube ich schon.